Nach Frankreich wurde in diesem Jahr auch in Italien eine Impfpflicht für Kinder im Schulleitag gesetzlich beschlossen. Nun gibt es mehrere politische Initiativen, die auch hier in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht fordern. So wurde zum Beispiel im Juli 2017 von der Bundesregierung folgendes Gesetz beschlossen. Kindertagesstätten sind künftig verpflichtet, Eltern beim Gesundheitsamt zu melden, die keine Impfberatung nachweisen können. Wer sich dieser Impfberatung verweigert, dem kann das Gesundheitsamt bereits heute ein Bußgeld von 2500 Euro auferlegen. Viele Menschen in Deutschland befürchten aufgrund dieser Entwicklung eine kommende Impfpflicht auch hier in Deutschland. Deswegen hatte eine Berliner Mutter von ungeimpften Kindern für Samstag, den 16. September 2017, eine Großdemo für Impffreiheit angemeldet. Diesem Aufruf haben sich deutschlandweit verschiedene Impfaufklärungsbewegungen angeschlossen. Die Initiatoren der Demo für Impffreiheit schreiben Erheben wir gemeinsam unsere Stimme für die Zukunft unserer Kinder. Es ist an der Zeit, dass wir alle für das Recht auf die Straße gehen, auch in Zukunft selbst bestimmen zu können, wie wir leben wollen und wie unsere Kinder aufwachsen dürfen. Impfen muss freiwillig bleiben. In seinem Berliner Impfmanifest, einer öffentlichen Erklärung von Zielen und Absichten, schreibt das Organisationskomitee unter anderem, dass Standards, die bei pharmazeutischen Produkten angewendet werden, bei der Zulassung von Impfstoffen nicht eingehalten werden. Da von offizieller Seite her den Menschen und besonders Kindern immer mehr Impfungen empfohlen werden, fordern Sie im Rahmen der Demo Folgendes. 1. Unabhängigkeit von der Pharmaindustrie und Politik 2. Transparenz über den Nutzen von Impfstoffen 3. Seriöse Zulassungsstudien 4. Strenge Kontrollen, da Impfungen ein vorsorglicher Eingriff bei Gesunden sind 5. Durchführung einer Studie zur Kindergesundheit 6. Einhaltung der Menschenrechte Sehen Sie nun im Anschluss zunächst ein Interview mit dem Medizinjournalisten und Impfaufklärer Herrn Hans Tolzin, das Klagemauer TV im Vorfeld der Demo mit ihm führen konnte. Herr Tolzin ist seit Jahren in der Aufklärung über Impfungen tätig und gibt mehrmals im Jahr die Zeitschrift für unabhängige Impfaufklärung den Impfreport heraus. Aufgrund von wiederholten Erkrankungen von Kindern mit Masern gibt es jetzt immer mehr Stimmen, die eine Impfpflicht bei Masern fordern. Kann man Masern mit einer Impfpflicht ausrotten? Kann man Masern mit einer Impfpflicht ausrotten? Also man könnte es selbst dann nicht, wenn die Masern-Impfung tatsächlich diesen Wirkungsgrad hätte, wie behauptet, und wenn es sowas wie Herdenschutz gäbe, ging es trotzdem nicht, weil nämlich laut einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts ein gewisser Prozentsatz der Geimpften einfach keinen Antikörpertäter entwickelt. Das heißt, selbst wenn ich 100% der Bevölkerung durchimpfen würde, würde ich unter 95% geschützter liegen, also immuner liegen. Das heißt, die Voraussetzung, 95% müssen geimpft, das heißt eigentlich geschützt sein, wobei das ständig verwechselt wird, ist gar nicht erfüllbar. Und das ist einer der Punkte, der ist so, das ist einfach unglaublich, dass trotzdem, und obwohl man weiß, dass zum Beispiel das Fiebersenken die Komplikationsrate enorm erhöht, ja, trotzdem wird das propagiert, impfen, impfen, impfen gegen Masern und gegen andere Krankheiten natürlich, und es macht gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja, also Masern, wenn man nicht das Fieber senkt, und wenn man naturheilkundig begleitet, verlaufen in der Regel problemlos und gehen oft einher mit einem Entwicklungsschub. Das heißt, irgendetwas Sinnvolles haben diese Infektionskrankheiten, aber man weigert sich, das zu erforschen. Und das geht eigentlich gar nicht, aus meiner Sicht. Ja, das muss, da müssen die Prioritäten anders gesetzt werden. Hallo ihr zwei, weil ihr grad Mama und Papa seid, hab ich mich hingesetzt, hab ich euch ein paar Zeilen schreibt. Ich hab ja selber zwei ganz wunderbare Kinder, sie hatten Masern, Röteln, Mumps, was gar nicht schlimm war. Doch hört man immer, dass Kinderkrankheiten, als sei es der Teufel, nach dem Leben der Kleinen greifen. Vergesst den Streifen, denn die Angst soll euch begleiten. Sie wollen euch dazu kriegen, zu Vakzinen zu greifen. Am besten gleich noch im Baby-Alter, mit Trägerstoffen aus Schwermetall, ja. Fragst du den Arzt, weiß er nicht, was steht dem Falkblatt? Doch zucht er mit den Achseln, sagt, das geht auf jeden Fall klar. Und falls seit Alterszeiten man sich hier lässt verleiten, steht ihr dann ganz alleine, irgendwann vor der Entscheidung. Und weil dann meistens niemand mehr einen Plan hat, erzähl ich von Erfahrungen, bewahr euch vor dem Drama. Nun werden die Impfungen in Deutschland von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, empfohlen. Hat die Pharmaindustrie irgendeinen Einfluss auf diese Empfehlungen oder ist die STIKO komplett unabhängig in ihren Empfehlungen? Ja gut, das wäre jetzt eine Frage, die geht in Richtung Verschwörungstheorie. Und Verschwörungstheorien sind ja automatisch unwahr. Aber wenn man davon mal absieht, haben in der Regel von 16, 17 StIKO-Mitgliedern die meisten, bis auf etwa eine Handvoll, nachweisbare Interessenkonflikte. Und die Behauptung, dass das nicht beeinflusst, wenn ich Aufträge von der Industrie kriege, wenn ich Drittmittel kriege an der Universität, wenn ich Vortrags- und Beratungshonorare kriege und die Möglichkeit zu publizieren, durch die Connections, die man dann hat, wer das behauptet, ist einfach unehrlich und eigentlich gar nicht qualifiziert als Wissenschaftler zu arbeiten, weil Wissenschaft kann ich nur dann betreiben, wenn ich auch selbstkritisch bin. Und das fehlt den meisten STIKO-Mitgliedern total. Jetzt noch eine andere Facette von diesem ganzen Thema. Normalerweise ist es ja so, wenn die Pharmaindustrie ein neues Medikament auf den Markt bringt, zum Beispiel gegen Bluthochdruck, dann müssen ja sehr viele Studien laufen, um die Wirksamkeit zu beweisen. Jetzt wissen wir seit einiger Zeit, dass die Impfstoffe den Medikamenten gleichgesetzt werden. Gelten dieselben strengen Richtlinien bei diesen Studien auch für Impfstoffe? Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das bei den normalen Medikamenten tatsächlich aussieht, weil das habe ich noch nicht recherchiert. Aber wenn man jetzt das Paul-Ehrlich-Institut, die Zulassungsbehörde, konkret fragt, was sind denn die konkreten Zulassungsbedingungen? Dann heißt es, das steht im Europäischen Arzneibuch. Und wenn man da jetzt bei Masern reinguckt, da steht da gar nichts. Es sollte eine angemessene Immunität entwickeln, aber das war es dann schon. Und es sollte auch sicher sein, aber es ist ja gar nicht definiert, was mit Sicherheit gemeint ist. Wenn man dann bei den europäischen Leitlinien nachguckt, dann steht da, die Studien sollten so groß sein, dass man wenigstens schwere Nebenwirkungen, die einmal oder häufiger unter 1.000 Geimpften auftreten, die sollte man erfassen können. Ja, aber wenn nicht, was dann? Also es gibt keine wirklich verbindlichen Anforderungen, weder für die Wirksamkeit, noch für die Sicherheit von Impfstoffen. Und wie das dann tatsächlich ausgekugelt wird, das wissen wir gar nicht. Eine Frage hätte ich noch, was sagen Sie zur KIX-Studie? Also die KIX-Studie ist die größte bisher in Deutschland durchgeführte Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Da wurden 18.000 Kinder und Jugendliche erfasst vom Robert-Koch-Institut, also der Deutschen Seuchenbehörde, mit über 1.500 Daten je einzelner Person. Und wir wandern gleich dahinter her. Ja, werdet ihr Geimpfte und Ungeimpfte vergleichen? Da hieß es ja, ja, ja. Aber der Mitarbeiter, der das damals beantwortet hat, den gibt es doch heute nicht mehr. Und die haben es nicht gemacht. Und eine Kollegin von mir, die Angelika Müller, früher Kögel-Schautz aus Augsburg, die hat die Daten, nachdem es die als anonymisierten Datensatz zu kaufen gab, hat sie sich besorgt und hat selber einen Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften aus diesen Daten heraus vorgenommen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Das Ergebnis ist eindeutig, dass die Geimpften wesentlich, also wissenschaftlich gesagt, signifikant häufiger neurologische Erkrankungen haben, Allergien und auch manche Infektionen, da häufiger vorkommen. Es ist also nicht nur so, dass wir nicht wissen, ob Geimpfte tatsächlich gesünder sind, sondern die Daten, die wir haben, belegen, dass Ungeimpfte tatsächlich gesünder sind. Und das Robert-Koch-Institut hat dann gesagt, oh nee, das hat ja alles falsch gerechnet. Und dann hat sie monatelang nachgefasst, bis sie dann herausgefunden hat oder erfahren hat, wie denn das RKI jetzt genau gerechnet hat, damit sie vergleichen konnte, wo hat sie denn ihren Fehler gemacht. Und da stelle es sich heraus, dass diese Auswertung manipuliert wurde. Das heißt, es ist also nicht nur so, dass die Studie als klares Ergebnis gebracht hat, dass Ungeimpfte gesünder sind, sondern die zuständige deutsche Gesundheitsbehörde belügt die Bevölkerung. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich jetzt politisch, dass ich mich jetzt politisch betätige, weil das kann so nicht weitergehen und Aufklärung alleine reicht nicht mehr, habe ich für mich festgestellt. Wir müssen jetzt als Bürger, als Patienten, als Krankenversicherte aufstehen und sagen, Leute, so geht das nicht, so könnt ihr nicht weiter mit uns umgehen. Gut, vielen Dank. Impfungen werden ja verabreicht, um die Gesundheit zu fördern. Gibt es jetzt Studien, die beweisen, dass geimpfte Kinder gesünder sind als nicht geimpfte Kinder? Also diese Frage ist ja schon unethisch. Also wenn man das die Behörden fragt, dann heißt es, ja, solche Studien dürfen nicht gemacht werden, das wäre unethisch, im Rahmen einer vergleichenden Studie einer Gruppe von Testpersonen den Wirkstoff bewusst vorzuenthalten. Das wäre unethisch, darum macht man solche Studien nicht. Und das ist ein Zirkelschluss. Das ist wie Münchhausen. Münchhausen, Lügengeschichten. Ja, da gibt es eine, wo er sich am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf zieht. Ja, das funktioniert nicht. Ja, ich kann doch nicht, wenn ich jetzt wissen will oder wenn ich eine Zulassungsstudie mache, dann mache ich die doch, um die Wirksamkeit festzustellen. Und dann kann ich doch nicht von der Wirksamkeit ausgehen. Ja, so, das ist also völlig lächerlich. Und nur, wenn man sich wirklich, also wenn man zu dem eigenen Menschenverstand vertrauen kann, ja, oder einfach vertraut und genügend lange nachhakt, kriegt man das aber raus, ja. Normalerweise ist es ja so, wenn irgendjemand was sagt, was ich nicht verstehe und das ist eine Autorität, ja, wir reagieren ja in der Regel so, okay, ja, okay, ich bin zu doof, ja. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Es gibt noch die Möglichkeit, dass das, was da propagiert wird, ja, dass das Unsinn ist. Ja, dann kann ich es gar nicht verstehen. Und solche Zirkelschlüsse machen keinen Sinn. Also es gibt keine vergleichenden Studien, die beweisen, dass Geimpfte gesünder sind und das wäre ja das, was wir Eltern eigentlich erwarten. Ja, wenn ich jetzt mein Kind 20 Mal impfe oder 1.000 Kinder gegen 20 Infektionskrankheiten impfe und 1.000 Kinder mit Vergleichen mit Kindern, die gar nicht geimpft sind, dann sollten die im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre doch tatsächlich seltener beim Arzt auftauchen, weniger Fehltage im Kindergarten haben, in der Schule haben oder später im Arbeitsplatz, ja. Aber solche Studien werden gar nicht gemacht. Wir wissen es nicht, ja. Und stattdessen misst man den Antikorpatiter, das ist ein reiner Laborwert, ja. Und dann habe ich nachgefragt, ja, habt ihr wenigstens Nachweise, dass Menschen mit hohen Antikorpatitern gesünder sind oder seltener zum Arzt müssen als Menschen ohne nachweisbare Antikorpatiter? Und die Antwort war letzten Endes, ja, das ist so, es ist wahr, weil es in den Lehrbüchern steht. Ja, auch wieder Zirkelschluss. Ja. Ja, und es ist völlig Gaggach, Entschuldigung, aber es ist, was da läuft und wir alle, die gesamte Bevölkerung, niemand traut sich, bis auf ein Paar, ja, die da, jetzt, ich meine, ich trage bewusst eine Krawatte mit lauter Weißen und einem schwarzen Schaf, ja. Ein schwarzes Schaf traut sich mal nachzufragen, ja. Und ich wollte gerne, dass es noch viel mehr Eltern gibt, die da kritisch nachhaken und um das für sich auch zu klären, was spricht für eine Impfung wirklich und was spricht vielleicht dagegen. Da kommen wir jetzt auch schon zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie sind ja gesundheitspolitischer Sprecher in der Partei von Christoph Hörstel, der Deutschen Mitte. Welche Ziele hoffen Sie da zu erreichen? Therapiefreiheit, freie Wahl der Therapeuten. Auch die Therapeuten sollten das, was sie ihren Patienten anbieten, die Therapien, frei wählen dürfen. Diese Leitlinien-Diktatur, die muss abgeschafft werden. Die Diktatur des Gemeinsamen Bundesausschusses muss abgeschafft werden. Der schreibt nämlich den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, was sie erstatten dürfen und was nicht. Und wir wählen zwar bei den Sozialwahlen in Deutschland alle sechs Jahre die Verwaltungsräte und die hätten eigentlich das Sagen, aber haben eigentlich nichts zu entscheiden, weil das der Gemeinsame Bundesausschuss macht. Das heißt, diese Überregulierung im Gesundheitswesen wollen wir runterfahren, so dass derjenige, der zahlt, auch wieder ansagt. Wer zahlt, sagt ansagt, das Sprichwort. Und das ist der Krankenversicherte. Das bin ich, wenn ich bei der AOK oder bei der DHK bin, dann wähle ich jemanden über diese Listen, die da vorgeschlagen werden, in den Verwaltungsrat und der entscheidet dann in meinem Sinne, ja, auch Heilpraktikerleistungen zum Beispiel zu erstatten oder Naturheilkunde zu erstatten. Und diese Dynamik wollen wir freisetzen, dass es dann einen echten Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen gibt und der Patient wieder eine wirkliche Wahl hat. Und auch das Abrechnungssystem für die Ärzte muss geändert werden, das kann so nicht bleiben. Das zwingt die Ärzte dazu, alle drei bis fünf Minuten einen Patienten durchzuschleusen, ja, diese Pauschalen, die sie pro Patient im Quartal bekommen. Und das muss umgestellt werden. Also mein Vorschlag wäre, primär auf Zeiteinsatz, ja, wenn er jetzt zwei Stunden sich Zeit nimmt für den Patienten, soll er die zwei Stunden angemessen auch abrechnen können. In den Kliniken diese Abrechnung, Fallpauschalen, die da derzeit laufen oder gelten, das muss auch geändert werden, weil das führt dazu, dass die kaufmännischen Direktoren der Kliniken, vor allem wenn die auch privat geführt sind, durch eine AG geführt sind, dass die den Ärzten sagen, stell die Diagnosen so, dass wir am meisten Umsatz machen als Klinik. Und die Auswirkungen sind katastrophal. Also was ich täglich eigentlich zu hören kriege, von Ärzten, von Patienten, von Pflegepersonal, von Krankenschwestern und Pflegern, also man möchte da wirklich nicht mehr in so ein Krankenhaus. Also das ist ein Risiko. Und die Frage, ob das ein größeres Risiko ist, als sich nicht behandeln zu lassen. Vielen Dank für diese vielen aufschlussreichen Antworten. Viel Erfolg auch weiterhin in dem, was Sie sich vorgenommen haben.